Eine der wichtigsten Ursachen für Hepatitis, also Leberentzündung, sind bestimmte Viren. So sind ca. 350 Millionen Menschen auf der Welt von der viralen Hepatitis B oder C betroffen und ca. alle 30 Sekunden stirbt sogar jemand daran. Die größte Gefahr bei Hepatitis B und C ist die zu lange unerkannte Infektion, denn dann kann irgendwann die Therapie nicht mehr greifen und das kommt zu Leberzirrhose, Leberkrebs und Leberversagen. Aber es gibt erstens gegen Hepatitis B eine präventive Schutzimpfung und zweitens die Therapiemöglichkeiten bei Hepatitis C sind in den letzten Jahren sehr viel besser geworden, wenn die Therapie denn rechtzeitig greift. Und deswegen mein Tipp, nutzt neben der Impfung gegen Hepatitis B auch die Möglichkeit, kostenlos einen Test auf Hepatitis C oder B zu machen ab dem 35. Lebensjahr.